Mein Name ist Nadine Kessler und ich spiele für die Frauennationalmannschaft. 2011 als Zuschauer, die Stimmung im ganzen Land war großartig. Die Frauennationalmannschaft wurde gefeiert, alle Stadien waren ausverkauft. Man hatte das Gefühl, der Frauenfußball geht echt durchs Land und alle sind begeistert. Es waren so viele gute, auch physisch gute Spiele. Ein ganz anderes Tempo, ein ganz neues Niveau und speziell dieses Finale war für einen objektiven Betrachter einfach fantastisch, was Japan und die USA sich da geliefert haben. 2011, wie begeisterungsfähig unser Sport doch sein kann und wie viele Leute man doch mitreißen kann. Mein Name ist Nadine Kessler und das war meine Erinnerung an eine FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Kindheit! Kindheit! Untertitelung des ZDF, 2020